Guten Tag, heute möchte ich Ihnen gerne etwas über unseren Insektenschutz erzählen und zwar unseren Insektenschutzschieberrahmen, gerade für große Terrassenelemente sehr gut geeignet. Kann ich Ihnen hier vorne einmal zeigen. So, hier haben wir unseren Insektenschutzschieberrahmen, gerade für große Elemente, wie gesagt, sehr gut geeignet, bieten wir so bei uns im Onlineshop nicht an, nur in den Filialen. Wir kommen natürlich dann auch sehr gerne zu Ihnen zum Aufmaß, nehmen millimetergenauer die Maße vor Ort, damit es dann auch hundertprozentig bei Ihnen passt. Komplett Aluminium, ein Rahmen drumherum, komplett in sich verschlossen, damit die ungeliebten Gäste nicht mehr reinkommen können, die Insekten. Sie haben ein Fieberglasgewebe, was insgesamt sehr stabil, sehr haltbar ist. Sie haben in der Regel zwei bis drei Elemente, die Sie verschieben können, komplett. Sie fassen sie einfach hier vorne am Aluminiumrahmen an. Hier haben Sie eine Griffmulde, eine sogenannte, da können Sie reinfassen und den anderen Rahmen auch so hin und her schieben. Sie sehen schon, Sie können sehr gut hindurch schauen. Der Blick wird so kaum gehindert durch das anthrazitfarbene Fieberglasgewebe. Das ist natürlich so dann auch sehr beliebt, weil es tagsüber nicht irgendwie den Raum dunkler macht oder dergleichen. Wie schon gesagt, es wird Millimeter für Sie gefertigt. Wir haben momentan etwa eine Lieferzeit von 14 Tagen. Dann haben Sie es natürlich entsprechend so komplett bei Ihnen vor Ort, bei Ihnen zu Hause. Wir montieren es auch bei Ihnen. Wenn Sie mögen, stellen Sie uns bitte einfach eine Anfrage oder auch sonstige Fragen, die Sie haben, einfach im Kommentar hinterlassen, bei uns im Blog oder bei YouTube. Und sehr gerne sehen wir es natürlich auch, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Dann werden Sie immer regelmäßig von uns informiert über die neuesten Techniken im Insektenschutz und auch im Sicht- und auch im Insektenschutz. Und dann werden Sie uns informiert über die neuesten Techniken im Insektenschutz. Und dann